Das Nonplusultra, okay. Das Butz, das Nonplusultra, okay. Checkt gar nichts, das Butz. Na, verarsch mich halt nicht. Nee, von dem, was wir gerade machen, das ist immer lustig, wenn der eine rumrennt und der andere, der macht was. Das ist ja immer blöd, weil der... Dann müssen die Leute beide Videos gucken, ne, weil sie sonst nicht wissen, was machen der eine. Der erzählt da irgendwas. Ja. Oh, ich habe wieder 30 Leder mitgebracht. 30 Leder? Ja. Okay, hast du Kühe gejagt oder was? Äh, ein. Doch, du hast arme Kühe gejagt. Könnte ich mir bestimmt vorstellen. Ich brate hier gerade 24 Hirschfleisch. Und dann habe ich noch 6 hohes Hühnchen und 29 Federn und 2 Eier. Ach, weiliger. Hexische Essenz habe ich. Ah, Hexische Essenz ist gut, die brauchen wir ganz dringend. Ja. Mhm. Na gut, dann behalte ich sie. So, mal gucken. Hier. Mal gucken, Magic Essenz. Kann man sich aus der Magic Essenz auch verzauberte Pfeile machen? Wie ging das so hier? Brauchst du das Leder? Nee, so ging das nicht. Was? Brauchst du das Leder? Leder? Mhm. Oder im Moment machte man sich Pfeile drumherum und dann die Essenz in die Mitte? Eigentlich. Oder es geht so. Hausfrau ist hier, wie ihr merkt, schon im... Moment. Leder, ja, gib mal Leder her. Ja, das tue ich halt alles mit in diesen einen Rucksack, wo wir das eine Leder... Anno? Habe ich das jetzt? Nee, ich sammle es nicht ein. Ach, hä? Hallo? Das sammle ich wieder ein. Äh, das fliegt hier nur um mich rum, aber ich sammle es irgendwie nicht ein. Ja, bist du vielleicht voll? Jetzt habe ich es. Du hast aber eingesammelt. Jetzt habe ich es. Wann, ich habe hier noch was. Die Emerald-Chart habe ich auch noch acht Stück. Oh Gott, oh Gott. Immer mit der Ruhe. Ich komme sonst nicht mehr... Ich blicke sonst nicht mehr durch. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was ich hier mache. Ach, ich weiß. Schaut es bei mir wieder an. Weißt du, was ich falsch gemacht habe? Was? Ähm, ich bin hingegangen. Ähm, du hast ja hier einmal oben, wenn du E drückst... Ah. ...hast du hier oben die kleine Werkbank. Wenn du auf die Werkbank gehst, hast du dein normales Inventar. Und wenn du auf das Rüstungsteil gehst, zeigst du das hier schon an. Und dann muss ich rechtsklick da drauf machen. Dann zeigt es mir das alles an. Äh, okay. Ich habe jetzt zwar nicht verstanden, wie du das gemeint hast jetzt, aber okay. Drück mal E. Ja. Dann hast du hier oben, oben links, so eine kleine Werkbank. Ja. Dann hast du rechts so ein Rüstungsteil. Ja. Direkt daneben. Und wenn du da drauf gehst, und dann hast du doch hier das Inventar, wo du die ganzen Sachen hast, wo ich gefragt habe, ähm, ich wollte wissen, wie man das craftet. Mhm. Da gehst du drauf. Und ich muss Doppelklick drauf machen, und dann zeigt es mir das an, wie man das macht. Äh, okay. Komplett anders wie bei mir. Bei mir funktioniert das gar nicht so. Hm. Egal. Ähm. War schon 16 Fleisch. Oh. Sollte ich nur jetzt. Ach, die Dinger konnten. Brauchst du hier. Ach, die Reiz des Haltens. Die sind auch sehr interessant. Brauchst du hier. Nein, brauche ich nicht. Na toll, was mache ich jetzt mit dem Hirn? Ich habe gedacht, da kann man Leder draus machen. Aus den Reiz des... Ne, aus den Hirn. Ah, doch. Konnte man irgendwie. Ich glaube, wenn man die sich brät oder sowas. Aber schmeißt die doch nicht animiert zu, weil ich weiß jetzt gar nicht, was ich damit machen soll. Na, Leder machen. Ja, es ist... Ich habe mich doch alles in anderen Rucksäcken. Jetzt muss ich wieder die Rucksäcke raussuchen. Oh, das ist doch scheiße. Was ist scheiße? Diese ganzen Hirne und Zeug und... Ich brauche das im Moment überhaupt nicht. Wir haben außerdem 45 Leder. Wir haben so viel, wir brauchen gar kein... Gar kein Zeug mehr hier. Die ganzen Scheißhirne kannst du wegpacken. Die ganzen Scheißhirne. So, jetzt mache ich mal die Federn da rein. Den Bogen, den kann man eigentlich mal mit hier reinpacken, weil der ist jetzt Müll, sozusagen. Packen wir das mit hier. Also verhungern dürften wir eigentlich nicht, ne? So, ich habe mir jetzt mal Feuerpfeile gemacht, weil wir bloß zwei Feueressenzen hatten. Diamant, Spitzhacke habe ich, Eisenholz, Axt, dann habe ich den Ledger Bow und ein repariertes Ender Giant Sword. Das ist schon sehr gut. So, und ich würde sagen, ich würde sagen, wir könnten dann eigentlich mal bald losmachen hier. Damit wir hier ein bisschen Action haben. Auch interessant, so eine Feuerrüstung zu machen hier. Feurige Stiefel, feurige Aura 2 und so Zeug. Da brauchst du im Endeffekt das feurige Blut und brauchst Eisenbahn. Und wenn du, wenn du das feurige Blut und so eine Eisenbahn nimmst, kommt ein feuriger Barren raus und kannst du die mit Rüstung machen. Okay. Das feurige Schwert hat dann zum Beispiel, brauchst du eine Lohnrute und zwei so feurige Barren und das hat dann Verbrennung 1. Aha. Ja. Interessant, verzaubertes Buch. So, jetzt muss ich hier nochmal... Haben wir eigentlich auch irgendwo ein normales Buch? Wie machte man sich denn nochmal ein Buch? Äh, aus Leder und Papier. Moment, ich schau mal. Ah, hier. Ein Buch macht man sich aus einem Leder und drei Papier. Okay, weil dann mache ich mir mal... Experiment. Wobei, aber haben wir Papier? Äh, nö. Ach man, Rückstoß. Ich wollte mir jetzt einen Zaubertisch machen. Ach man, das ist doch scheiße, wir haben nix hier. Aus einem Leder, brauche ich einen Leder und Papier. Wie macht man sich denn Papier? Ich glaube aus... Muss ich auch mal suchen. Papier. Macht man sich doch normalerweise aus Zuckerrohr? Ja, drei Zuckerrohr. Haben wir irgendwo Zuckerrohr? Zuckerrohr? Keine Ahnung. Ich glaube nicht hier. Was haben wir da? Ah, jetzt habe ich... Ich komme mir mit diesen ganzen Rucksäcken bald nicht mehr klar. So, das war der wertvolle Rucksäck. Was machst du dir auch so viel? So, die sechs Hühnchen sind fertig. Wir müssen doch theoretisch irgendwo ein normales Buch drin haben, außer die Verzauberten. Weil ich brauche nur ein Buch. Da hätte man in den einen Turm zurückgehen müssen. Ah ja. Ne, das ist ein Chocopedia. Moment, ich probiere mal, ob es mit dem Chocopedia funktioniert. Das brauchen wir ja nicht unbedingt. Ob man daraus was craften kann. Zur Not hätten wir hier auch noch verzauberte Bücher, aber ich glaube nicht. Ich probiere jetzt mal, einen Zaubertisch herzustellen. Und zwar mit einem Buch. Okay. Zwei Diamanten links und rechts und unten drunter Obsidian. Na, funktioniert natürlich nicht mit dem Chocopedia. Scheiße, war's. Ähm. Ich kann es mal mit einem verzauberten Buch probieren, ob es damit funktioniert. Diamanten. Obsidian. Funktioniert auch nicht. Scheiße, wir brauchen ein normales Buch. Ähm. Siehst du hier irgendwo ein Zuckerrohr? Rename your backpack. Wie hast denn das jetzt gemacht? Butzi. Okay. Ähm. Ich hab, ich hab, ich hab Shift und rechte Maustaste gedrückt. Auf, auf den Rucksack sozusagen. Ja. Jetzt steht Butzi dran. Ah, haha. Okay. Cool. Ja, so, so kann man die sich wahrscheinlich benennen mit wichtige Sachen, unwichtige Sachen. Oder da hat man das drin, da hat man das drin. Ja, man kann's ja mal machen. Hö, hö. So ein wenig. Ähm. Cool, das ist auch durch, 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 durch Blödsinn wieder rausgekriegt. Ja, ist doch gut. Ja, ich finde das auch nicht verkehrt. So muss das doch sein. So haben wir ein Butzi-Rucksack, juhu. So, ähm, ach. So, was mache ich denn hier eigentlich? Ich bin hier gerade schon wieder total verwirrt. Mir ist langweilig. Und dieser Rucksack, der kommt jetzt hier rein. Dann der Rucksack, der... Ich glaube, ich geh jetzt in den Turf. Moment, den tun wir mal hier rein. Und dann haben wir das da drin. So. Gut, und die Feuerpfeile, die habe ich jetzt da und da. Und die Nahrung, die habe ich da. Dann kommt das da hoch. Dann kommt das da hin. Den Turm müssen wir übrigens auch noch fertig machen hier, ne? Mhm. Freund, der so da... Deshalb lasse ich mein Essen erstmal hier. So, also ich wäre jetzt soweit. Juppie. Jetzt habe ich mal... Wir haben zwar noch keine Verzauberung. Wir müssen unbedingt mal Ausschau halten, ob es hier irgendwo Zuckerrohr gibt. Damit wir uns Papier herstellen können. Weil ich brauche dringend, dringend ein Buch. Sonst können wir uns keinen Verzauberungstisch machen. Sonst können wir unsere Sachen nicht imbar-mäßig verzaubern. Warte, hier unten bist du... Wie-mäßig? Imbar-mäßig. Imbar-mäßig. Das klingt ja scheiße. Imbar klingt schon scheiße. Jeder Zucker kennt imbar, das Wort. Ah, unten haben wir Zuckerrohr. Yes! Das gehe ich mir jetzt holen. Haha. Ich finde imbar klingt scheiße. Mir ist ein Knöchel verstaucht auch noch. So, jetzt baue ich mal ein bisschen Zuckerrohr ab. Das müsste doch eigentlich reichen für ein Stück Buch. Der Golem ist da wieder drin. Ja, Gott, oh Gott. Komm mal lieber raus, du. Warum? Weil wir was zusammen machen wollen. Und... Wow, wow. Ich will mir doch bloß noch ein Buch machen. Ich will besser ausgerüstet sein. Wart's doch mal ab. So. Der knallt wieder rum. Wow. Ah, da brennt ja schon wieder alles ab. Das ist jetzt nicht gut. Weil ich brauche das noch. Ja, mir ist langweilig. Erwart's doch mal ab. Deswegen hatte ich ja gesagt, mache ich das vor der Aufnahme. Du wolltest jetzt unbedingt loslegen mit Aufnahme. Ja, weil du hier tausend Jahre brauchst. Und jetzt ist es langweilig. Jetzt haben wir schon wieder hier Haufen Zeug in der Kiste drin, was wir so gar nicht brauchen. Stimmt doch gar nicht. Ich labere doch kein Symbol-Shit. Ja, aber ich dachte, das packen wir alles schön in Rucksäcke ein. Ja, wer hat denn jetzt was eingesammelt? Keiner, oder? Ja, da liegt Hähnchen und alles drin. Das habe ich nicht reingetan. Ja, weil ich in den Turm reingehen wollte und nicht mein ganzes Essen verrecken soll. Ach, Quatsch. Nix, lass das Essen da drin. So, jetzt mache ich mir ein normales Buch. Stell dich nicht an wie so ein Waschweib. Doch. Weil ich gehe jetzt ein bisschen mit Struktur vor, damit man dann schnell einen Durchblick hat. Ja, dann aber auch ein bisschen schneller. Ja, wenn wir so diese scheiß Rucksäcke haben, dann müssen wir ein bisschen Zeit investieren. Da werden mir die Leute jetzt auch zustimmen. Ja, und du wolltest aufnehmen. Siehste mal, Leute. Ich wollte hier noch ein bisschen vorbereiten und schöne Verzauberungen machen und nicht einfach aufnehmen. So, Zaubertisch tue ich jetzt noch da rein. Wenn ich halt Eichhörnchen klatschen. So, jetzt haben wir schon mal einen geilen Zaubertisch. Wo stelle ich denn den hin? Am besten da hin. Jawohl. So, Player Level 12. Enchanting kostet 0. Jetzt tue ich mal mein Schwert da reinpacken. Oh Gott. Jetzt ist bei mir Minecraft abgestürzt. Ja, Hallihallo. Hier sind wir wieder. Ja, und zwar habe ich das Problem jetzt rausgefunden, weshalb hier der Server immer gecrashed ist, beziehungsweise mein Minecraft beim Zaubertisch. Und zwar lag das einfach an der deutschen Sprache. Man muss nämlich Englisch eingestellt haben, sonst funktioniert das Plugin nicht durch diesen Mod Enchanting Plus, der hier drauf ist bei Hexit. Also jeder, der Hexit spielt und diesen Zaubertisch nutzen möchte und auf Deutsch gestellt hat, der kann dieses Problem haben. Und jetzt, wenn wir das Enderschwert hier reinlegen, sehen wir, können wir das Ganze sozusagen verzaubern. Hier zum Beispiel Sharpness 1 könnten wir drauf machen. Kostet uns Enchanting 1. Dann die Sharpness 2 könnten wir drauf machen. Die Sharpness 3. Sharpness 4. Und für mehr haben wir nicht genügend Bücherregale. Und für mehr haben wir nicht genügend Bücherregale. Hallo. Und das ist mir nicht kaputt. Aber ich schmeiße das mal wieder runter. Na, ey, Schwert. So ist es das Schwert hin. Da. Gucken wir mal, was es noch da für Verzauberungen gibt. Smite. Was ist ein Smite? Bane of Arthel. Knockback ist immer ganz gut. Fire Aspect, Looting, Unbreaking, Soul Stealer, Fokus, Soul Tether, Blood, Soul, Disappitate, Bloodletting, Soulsteal und Ward. Aber ich würde sagen, für so ein Schwert ist Sharpness eigentlich ganz gut. Machen wir mal Schärfe 4 drauf. Mal gucken, ob das funktioniert. Kostet 10. Ganz wert. Mal gucken. Hat der das jetzt? Ne, der hat das nicht verzaubert, oder? Ich will es nix. Ne. Wieso hat der das nicht verzaubert? Das müssen wir da machen. Müssen wir vielleicht hier auf E drücken? Der Verrückte ist schon wieder unterwegs. Ah. Es hat funktioniert. Jetzt habe ich Schärfe 4 drauf auf meinem Schwert. Ach, geil. Geil, so funktioniert das. Man braucht nur die Erfahrungsfläschchen. Und jetzt ist es verzaubert. Sehr schönes Ding. Ich habe hier so einen Wahnsinnigen, der macht da unten alles kaputt. Wow, der schießt mich ab, das Arschgesicht. So, und für eine Rüstung wäre eigentlich optimal, wenn man sich was Crafted, äh, was Regeneration drauf hat und sowas, dass man ganz schwer nur zu killen ist, sage ich mal. Ähm. Ja, dann können wir jetzt mal rausgehen. Hier, wo sind das Boots jetzt? Ja, ich bin hier hinten, weil der verkackte Golem mich die ganze Zeit bombardieren will. Wo hinten bist du? Ja, am Arsch der Welt. Ähm, kannst du mal zur Hütte, oder wo bist du? Ich weiß jetzt nicht, wo ich hin muss. Ja. Ich komme zu dir. Warte. Ja, weil ich würde ihn hier bloß rumschießen, den Kack-Golem. So. Ach, was ich auch mal machen könnte, ich glaube, das ist wichtiger jetzt erst mal. Ähm, bevor ich zu dem Golem gehe, nehme ich nochmal... Nein, nicht zu dem Golem gehen. Ach so, ich dachte. Nein, ich komme zu dir. Ja, okay. Lass den Golem mal Golem sein. Okay, lassen wir den Golem Golem sein. Ich nehme mir noch... Ja, außer du willst kaputt machen. Müssen wir die trinken, oder was? Was? Ach so, ich muss die... Mit wem laberst du? Ähm, die Erfahrungsfläschchen... Ja, ich bin so glad. doch, es Ángel, wie in Ite es war,